Wir wollen das klassische Hatha Yoga in seiner reinsten Form zurückbringen. Nicht das Studio-Yoga, nicht das Bücher-Yoga, nicht die Art von Dingen, die in der Welt gemacht werden. Das richtige klassische Yoga, das eine phänomenal kraftvolle Wissenschaft ist. Was also etwas klassisch macht, ist zum einen die Zeitspanne seiner Existenz, was definitiv jedes Yoga hat. In einer bestimmten Form, wenn es eine Zeit lang existiert hat. Und eine andere Sache für eine Sprache ist, dass sie einen beträchtlichen Bestand an Literatur haben muss. Das heißt, es gibt nicht nur Menschen, die sie sprechen. Viele Menschen haben viele Dinge darüber geschrieben und verschiedene Dimensionen des Lebens mit dieser Sprache erforscht. Es gibt einen umfangreichen Bestand an Literatur. Und es hat lang genug existiert, dass man nicht genau sagen kann, wann es entstanden ist. Das Hatha Yoga, wie wir es lehren, das geschieht nicht jetzt. Es geschieht seit Jahrtausenden in dieser Form. Denn die Bedeutung dieser Abstammungslinie ist, dass es sich um eine Abstammungslinie handelt, die klar versteht, dass wir dumme Idioten sind. Wenn man weiß, dass man ein dummer Idiot ist, wird man nicht versuchen, etwas zu ändern. Das ist die Bedeutung von dumm sein. Hallo? Wenn man denkt, dass man dumm ist, denkt man nicht, dass man innovativ sein muss, nicht wahr? Aber Leute, die sich für schlau halten, müssen immer etwas Eigenes machen. Sie müssen ihre eigene Signatur hinterlassen. Das ist also eine Abstammungslinie, in der niemand eine Signatur auf dem Yoga hinterlassen hat. Die Übung, wie du sie siehst, die Mechanik davon, ist einfach der Körper. Du musst ihm Leben einhauchen, sonst wird er nicht lebendig. Das ist der Grund, warum in den Traditionen so viel Wert auf den lebenden Guru gelegt wurde. Um ihn lebendig zu machen. Wir wollen Menschen aufbauen, die bereit sind, ihr Leben in die Tiefgründigkeit des Yoga zu investieren. Nicht, um tolle Vorteile daraus zu ziehen. Nicht, um sich an einen Stuhl oder einen Baum zu hängen und zu denken, dass sie Yoga machen. Um also diese Dimension zurückzubringen. Und das wird nicht nur durch Unterweisung geschehen. Man braucht eine phänomenale Energie, sonst kann Yoga nicht gelehrt werden. Ohne einen phänomenalen Sinn für Energie kann kein Yoga gelehrt werden. Wenn man Yoga lehrt, ohne ein Energiegefäß zu schaffen, dann ist das kein Yoga. Das ist nur eine Farce. Diese Farce ist gerade überall in vollem Gange. Weil wir dieses Adi Yogi Alayam mit dieser Absicht geschaffen haben, wollen wir einen kraftvollen Raum. Wir wollen, dass dies ein so lebendiger Raum ist, dass, wenn du einfach nur hier sitzt, wirklich auf das eingestellt, was hier in dieser Halle passiert oder was in den nächsten 24 Stunden hier passieren wird, du in der Lage sein musst, alle Yoga-Sutren zu kennen. Du musst nie ein Buch aufschlagen, nie jemandem zuhören. Du musst dich nur energetisch einstimmen und es wird da sein. Um das zu erreichen, brauchst du einen kraftvollen Raum, sonst werden solche Dinge nicht passieren. Morgen, wenn wir nicht hier sind, muss es immer noch einen Raum geben, der Yoga lehrt. Vielleicht wird es nur einen Lehrer geben. Vielleicht wird es hier keinen Guru geben. Vielleicht wird es nur einen Lehrer geben. Selbst wenn ein Lehrer hier steht, sollten plötzlich Dinge aus ihm herauskommen, die er nicht kennt. Sie sollten anfangen, Dinge zu sagen. Sie sollten anfangen, Dinge zu fühlen. Sie sollten anfangen, Dinge zu erfahren, die sie selbst nicht kennen. Nur dann können wir das übermitteln. Wie nie zuvor gibt es auch beim Yoga, Verfälschungen. Es geschehen schwerwiegende Verzerrungen. Absolut lächerliche Verzerrungen. So in einer Zeit wie dieser, in die Welt hinaus zu gehen und das darzubieten, merke dir meine Worte, ich sage darbieten, klassisches Hatha-Yoga darzubieten, ist eine sehr bedeutsame und wichtige Sache. Denn die Menschen auf dem Planeten zeigen Interesse. Aber die echte Sache anzubieten, ist eine enorme Verantwortung. An dem Tag, an dem wir, sagen wir, 10.000 klassische Hatha-Yoga-Lehrer hervorgebracht haben, die in der Welt aktiv sind, und danach wird das der Standard werden. Das ist alles, was wir tun müssen. Ihr müsst also auf eine so inspirierende Weise leben und diese anbieten, dass jeder, der euch sieht, das auf diese Weise tun möchte. Das ist alles, was wir tun müssen. Sprechende Musik Untertitelung des ZDF, 2020